Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends mit Freunden und Abos, dieselben wie vorhin. Ja. Wir spielen, achso, was machen wir? Und Late Night. Und Late Night, genau. Wir spielen, also ich spiele auf der Seite mit, wo ist denn überhaupt? Da unten. Catelyn, Philistik, Victor, Sivir und Trudel und wir spielen gegen Ash, Akali, Timo, Talon und Amumu. Warum hast du Talon gerade so erotisch ausgesprochen? Oh, ich glaube nicht, Amumu. Ah, Talon. Ich freue mich schon auf Timo's Ulti, ich freue mich schon. Und da fängt schon wieder jemand an zu fappen. Das genau gehört gerade, Nico. Das war echt in meiner Dunkel. Ja, genau. Vielleicht, du mich nicht fokussend? Doch, ich fokuste dich immer noch. Okay, dann komm direkt auf Timo's Items. Alles klar. So, dreimal in Warmarkt, ne? Aber diesmal kann ich dich nur blenden. Habt ihr es, oder? Huste doch mal, hust doch mal. Ist überhaupt nicht laut. Schon wirklich spät, ja? Ja. 10 vor 3, passt. Gut, dass er ja schon Late Night heißt. Ja, ne? Kannst du sowas machen? Oh, Spiel fängt an. Wat? Hätte ich nicht gedacht, oder? Kam jetzt ganz random, auf einmal. Oh, ich bin unsichtbar, hätt ich nicht gedacht. Zermatschen wir etwas. Also, ich kann laufen. Ich auch. Ich hasse es, um da unten zu spielen. Tja. Ich auch. Ich auch. Dann dreh doch einfach dein Bildschirm. Okay. Können wir die Seiten tauschen jetzt noch? Ja, komm, lass doch eben tauschen. Wir können ja einfach mal kurz... Wir können einfach mal kurz aneinander vorbeirennen. Ja, genau. Und das ist nicht. Wow. Oh, lustig. Für alle einfach davon stehen. Guck mal da, ich hab was gefunden. Ich hab was gefangen. Mit meinem Scheiße-Piller. Kannst du behalten. Hast du dein... Hast du dein Puckaball geworfen? Mein Piller of Doom. Mein Kackhaufen. Ich hab Tarno getroffen. Wenn man auf zum Lachen, das nervt, oder was du doch immer machst. Ich hab die Gelände, tut mir schade gemacht. Ich muss weg. Würde ich auch so. Wenn man auf zum Lachen, das nervt. Das war jetzt schon. Ich spiele gerade, als er eine Höhung stammt. Wo ist Talon? Wie, wo ist Talon? Was tust du mit mir? Evil Lachen. Evil Lachen. Ich hab richtig evil. Richtig evil Lachen. Handelig evil. Und wieder getroffen. Lasor. Guck mal, Timo. Du legst auch genau die Mine auf mich. Die Falle auf mich. Und ich bin unsichtbar, weißt du? Ja. Hacker. Hacker. Ganz einfach. Hacker. Anders geht's hier. Hacker. Ich hab es gewusst. Wie funktioniert eigentlich Victor mit Smartcast? Das geht. Echt? Hm. Wie, 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 ziehst du dann die Linie von seinem Zauber? Einfach gedrückt halten. Das ist eh. Dann kannst du es besser in der Fall. Ach ja, ja, doch. Hab ich auch mal gemacht. Hab ich auch mal gespielt. Sehr interesting. Wie mutig ist, ich stehe im Level, ne? Ja. Aber du bist immerhin schon, ich wollte schon sagen, schon Level 3. Weißt du, es war schon so schwer. Level 13, mein Farb. Oh, schade. Falsch gesetzt. Mich kriegst du nicht gestunnt, aber die Akali kriegst du gestunnt. Ich will den Mumu killen. Okay. Ah, Mumu. Ich will den Mumu killen. Oh, tot ist er. Wie, wie, wie ist denn das jetzt passiert? Der Rabe. Der Rabe ist gleich noch um ihn rumgeflogen. Der Rabe, was? Das waren wir getroffen, ey. The Raven. The Raven. Korrax. Ey, kwaa. Entschuldigung, bitte. Korrax. Korrax. Korrax, Korrax. Oh, ich bin gleich tot. Hier. Nein. Oh, wie knapp der ist. Ja, ziemlich. Mein Heal, mein Heal, mein Heal, mein Heal. Nee, Akali braucht einen Heal. Akali hol den Heal ja. Ich wollte eigentlich den hier lenken. Kann ich einen Creep haben? Nein. Ich bin mal nach Level 3. Das ist okay. Da ist irgendwo Cade drin. Ich muss die blenden. Muss. Müssen du es gar nicht. Doch. Na toll. Netter Versuch, Fock hier. Nein, 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 nein. Oh, ich habe mich Unsicher gemacht. Und? Oh, ich habe ihn trotzdem getroffen. Ich kann mich nicht an Creeps hochheilen. NEEIN! Ich war ein Lohgel, ich war ein Lohgel. Du hast schon genau das Teil geführt. Soll denn das? Kannst du nicht. Auch wenn ich ihn noch zocke, egal. Und ihr schafft die Kayden denn nicht, weil sie so gut vorallow life ist. Zeigen wir ihnen eine hässliche Seite! Ja, ich hab halt genug Maßnahmen, um das zu verteidigen. Aber jetzt habt ihr mich. Lass mich halt mal hochheilen hier. Unfair. Er ist tot und ich war's nicht. Geht doch nicht. Üborskiller. Meins, 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 nicht meins, nicht meins. Oh mein gut. Höre! 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 Schokobär! Ich darf sterben, ey. Jawoll, danach bleibt ihr ewig haften, Chris. Autsch, Autsch, Autsch! Es hat nicht zuvielgeweise nach einer Klarheit dabei, oder? Bitte? Es hat nicht zuviel... Es hat nicht zuvielgeweise nach einer Klarheit dabei, oder? Ne. Wo bist du da? Warum stellst du dich genau da drauf? Weil ich mich aufhielen wollte, und dich trennen wollte. Ja, ist doch logisch, dass ich meine Fehler da drauflege, oder? Eigentlich schon, ja. Das war nicht klug. Das war dumm, da hinzugehen jetzt. Ja, das war nicht klug. Meiner, 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 meiner. Ich hab gehofft, ich krieg mein Ulti, aber es war ein bisschen zu spät. Oh! Nen Splitter! Ja! Also, die beste Stelle, meine Stelle hinzulegen, sind genau diese Heels-Pots. Ja, rat mal auf, wo ich meine Filze hinlege. Ja. Danke. Der Stamm wartet! Gut, dass ihr das so offen sagt. Ist das jetzt klar? Im Wicht soll ich schon mal sagen, du holst immer da ganz hinten den Kiel, ne? Naja, oder auch nicht. Ist mir das auch egal. Juhu! Meiner! Nein, 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 nein. Blenden, blenden! Willst du einen Kilt? Ja, oder nicht. Und auch nicht. Ja. Ich hab mal auf, ich bin in Falle, verdammt. Ja ich bin hier drinnen. Gut das du umgedreht bist zu hören. Ja? Wie hört sich das? Was hast du gesagt? Gut das du umgedreht bist und nicht das Dach haben wolltest. Ja ich brauch Mana. Ja ich auch, aber gut das du umgedreht bist. Marco hätte sich die mal holen können. Ich mag. Entschuldigung. Boah. Ich muss mich glaube ich auch... Ey da leider extra für dich umgedreht. Daneben. Ich bin hier drinnen. Oh fuck. Schau mal weg ne? Ey das hätte jetzt sehen müssen. Ich will euch der Lauf durchlaufen direkt an. Nein ich trenne auch noch weiter rein. Only pro, only pro. Nein. Nein. Ich konnte nicht helfen. Oh no no. War das ne gute Idee dahin gehen? Ja. Eindeutig. Ja wie hab ich denn jetzt umgekommen? Du hast ja jetzt die Schaden an den gemacht. Ganz rüber. Ey lasst mal AK die killen. Nein. Boah Laser. Ja was. Gibt's nen Boomerang. Der kämpft ja auch der Brücke ne? Fuck. Ja. Ja. Du hast sonst keine Chance. Ja. Ich will Frost da ganz einfach. Ja. Es ist egal was du warst immer was Trinkliges. Ja. Du bist ein hoher Inselntod. Also mal ich guck mal wie lange ich gebraucht hab. 1,7 Sekunden. Richtig schön in den Haufen platziert. Kauf dir einfach 37 mal ne Warmox. Ich liebe das Schlagen. Ah ist okay 37 mal. Ja wir sind alle hier drin. Hallo. 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 Flieg und Sieg. Ne ich renn da ganz bestimmt nicht rein weil dann ist das was ich da. Hat Ash aber gerade ganz schön kassiert. Gott mein Lohle. Oh lol. Sie hat den Heal eingegammelt ohne freien Ding getroffen zu werden. Sie wird durch geflasht. Ja. Ist so. Ihr holt. Akali hat gar kein Flash dabei. Was ist denn das für ein Heal die ganze Zeit was du da hast? Barriere. Ja. Ist äh ein Aram. Das wäre ein Alex. Samara. Spell. Gut dass ich davon was weiß. Oh wie unfair. Lassen wir dann pushen. Ich mach jetzt kein Hit. Ok. Lassen alle im Busch. Richtig geheim. Alle genau auf den gleichen Punkt. Bitch Power. Ja. Ich guck. Ich guck. Ist jetzt alle angerannt. Oh. Ich guck. Oh ich hab' die Heal gemacht. Boah was war das denn? Boah. Ja. Warum hat der grad nicht meinen Heal genommen. Ah. Ich hab' auf den falschen Knopf gedrückt. Ah. Vielleicht deswegen. Seems legit. Warte mal. Da komm ich dann mal direkt zu euch hin. Nicht hier in die Falle laufen. Nicht hier in die Falle laufen. So. In der Galle. Jawoll. Ich bin noch ein einziger mit Blutklinge. Wir haben übrigens als erster den Turm verloren. Hm. Seid ihr schlecht. Seid ihr schlecht. Seid ihr schlecht. Seid ihr schlecht. Ja. Wir werden verlieren. Charge. Ich charge. Guck mal. Dadurch dass ich charge, kriegen wir den sogar. Wer ist in den Heal gelaufen? Wer ist in den Heal gelaufen? Ich möcht' ihn austauschen. War das nicht gut? Gute Ahnung. Weil der Heal ihm nichts gemacht hat. Weil ich da drei Pilze... Wer... WTF? Der Vogel, den hab' ich gar nicht gesehen. Meins. Du weißt aber schon, dass Pilze nicht stacken und so, ne? Egal. Von wegen drei Pilze, ne? Da brauch' nur eine Hand. Trotzdem drei Pilze. Ja, danke, danke, danke. Muss ich sagen, ehrlich. Gerne geschehen. Willst du noch einen? Komm her. Ne, danke. Ich steh hier hinten. Kann dir noch was anderes geben hier? Willst du was haben? Ich steh hier hinten. Ne, ey, trifft mich dann gar nicht. Ich hab grad voll auf Gate 6 kurz nerven gedacht, das wär ich. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ist gut. Ne, ne. Ne, 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 ne, ne. Ich sterbe grade ein bisschen so häufig. Ohne Gnade? Ohne Gnade? Ja, so ein bisschen, ne. Ohne Gnade draufrennen so. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ja, die ist aber, die hab ich grad für uns. Ne, ne, ne. Ich weiß noch nicht, ich schaffst es dann. Mit Temo kennt man halt ganz immer im Busch. Und wartet bis man Geld kann. Ich mein, man farmt schnell Geld. Wenn man nichts macht. 3 die Sekunde oder so. Ne, 2. Doch 3. Ne, immer unterschiedlich. Immer abwechseln. 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Was ist das für ein Schema, ey? 10 Gold. 5 Gold. 5 Gold, also 10 Sekunden. Gamer oder so. Skill, Skill. Aber 10 Gold? Weiß gar nicht. Naja, irgendwie so auf jeden Fall. Auf jeden Fall kriegt man ein Gold. Ulti in 10. Hey. Ich hab die ja auf Ulti in deinem Zeit schon ready also. Ich hab meine Ulti nicht nicht ready. Ich hab meine Ulti nicht ready. Ich hab meine Ulti nicht ready. »Splitter« Ich war hier gebringend, aber gut. Komm Talon, komm. Kann das sein, dass mich noch keiner getroffen hat bis jetzt, hier wo ich gerade stehe? Hast du endlich mal Platz gepoben, wo du direkt kannst? Oh nee. Da muss ich auch mal rein. Da muss ich auch mal durch. Hallo. Ich habe gehört, du bist youst. Mit Schild, das war für mich nicht gest bert vị. Kann was denn sein? Scheiß Barriere. Oh, ich war irgendwie verlangst gerade. Fuck. Ich bin nicht herzlos, ich liebe das Schlagen. Oh lolololo. Ja, los, die dierahl. Nein, hat der lecker. ich lebe ich finde irgendwie das ist einer der besten es gibt es kommt ohrlein was für ein scheiß war schulder glaubt so selbst nicht immer und hier ich brauche hier schlecht gerade irgendwie irgendwie hat es auf der mit weniger hochleid auf der anderen obwohl auf der anderen viel mehr obwohl es auf der 4w viel mehr abgeht ja klar erst dann ist in der Machen wir noch mehr stark Jetzt ist die hochgestorben, dann gehts immer wieder richtig spielen Jetzt ist nämlich Niki schon gefeatet Hä? Sonst sollten die mich lieber nicht kennenlernen Ne, lieber nicht Oh, die Katze direkt hier Genau, Katze, geh hier Keiner mag dich hier Zeigen wir ihnen meine hässliche Seite Hier, geh die Doch, hier Machen wir nicht ab Loll, alle auf mich gleich Die alle mich gleich fokussieren Wie immer Ach, stirb Jawoll Darf ich dir meinen Arsch retten? Ich hab sie dir auf dem Tablett serviert Die stankt direkt vor deiner Nase Der Streif war scheiße Na, der Streif hängt manchmal Der Streif war schon okay Aber er bleibt einfach an der Position stehen Keine Ahnung, wo dran das liegt An sie Ich hab morgen Geburtstag Okay Morgen Sonntag oder was? Ja Herzlichen Glückwunsch an den Geburtstag, wo mein Sohn auch geburtstag hat Cool, danke Oh mein Gott Herzlichen Glückwunsch an ihn auch Herzlichen Glückwunsch an ihn auch Stell euch mal vor, wir haben morgen auch geburtstag hat Mein Opa Herzlichen Glückwunsch an ihn auch Und die Mutter von meinem besten Freund Herzlichen Glückwunsch an ihn auch Ja, hab'n Arschlitt Jetzt hab' ich schon ganz Jetzt hab' ich schon ganz Jetzt hab' ich schon ganz Das ist nicht Mannschaft, ne? Ja, also Hm, Raza, du solltest den Fallen doch mehr auf die Hyatt-Dinger legen Ja, hat sich grad'n nicht so ergeben Ja, dachte ich mir schon Ja, dachte ich mir schon Aber die liegen doch so oft 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 Ja, gehen meistens Endlich kann ich mir die Glauben auch Ich kann mir alles kaufen Ich sterb so bisschen, ob ich kann Ob ich dich hab'n Die Ash, die Ash, die Ash Nicht auf die Akali auf die Ash nenn Ja, nein Warum sind denn alle so weit hinten? Ich hab Disconnect Was ist los? Nicht auf Flurgen gehen, das fehlt nicht Er ist Disconnect Ey Recht heiß So kann er einkommen Und wenn er das gar nicht wollte? Dann Das trotzdem, Digga Der kann das eigentlich Du musst nochmal reconnecten Ja, okay So, jetzt ja Der hat mich getötet Der hat mich getötet Viktor Caitlyn So klar Ich will flashen Hier sind schon auch welche drin Warte Nein, hier sind keine Nein, hier sind keine Hier ist John Oh nein Oh nein Ich hasse dich Ich hasse dich Ich hoffe, wenn ich ihn so nicht kenne Dann würde ich spielen Die Akali, ey Nehmt Sie ist tot Ah, so muss ich auch mal wieder kommen Sie ist halt No chance Oh mein Toll, grad die Ich will nicht zu überlassen Wir könnten das jetzt sogar noch gewinnen Nein Boah Ich bin klein Wow Was ich getan hab natürlich Und dann verbauche ich deine Falten Der Mumu ist einfach viel zu krass. Ja, der ist wirklich geil. Kommt doch hier so ein Ding, dass... Hat ein Caitlyn sich jetzt geholt. Oh. Hohoho. Könnte eigentlich auch mal wieder sterben. Ne, könnte ich nicht. Oh. Noch ein Schlimmste, der in die Uhr weiß noch nicht. Hallo, Caitlyn. Zeigen wir ihnen meine hässliche Seite. Er schnauft da so wie bei dem Mikro. Oh, I'm, I'm so sorry. Oh, ein Sprüter. Hier wurde was kontaminiert, das hab ich gesehen. Oh, ein Sprüter. Oh, ein Sprüter. Oh, ein Sprüter. Ich hab ihn geblendet, ich bin gut. Oder? Oh, das hab ich siebenmal. Gut. Ich bin... Wenn, ich bin gut. Bis dich. Danke, Ash. Ich fehl. Ich muss immer sterben, einkommen. Go, go. Nein, komm her, ich krieg sie einfach. Nein. Ich muss mich von... 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 Jetzt mal alle Filzer aufsammeln, hier. Dann stören die Leichen, wenn wir zurückrennen. Dann stören die Creeps wieder hochhalten, alles ist gut. Ich liebe das Schlagen! Dann stören die Leichen. Wollt ich mich auch mal zeigen? Oder braucht ihr mich da vorne grad nicht? Weil ich werde eh die Rechen sterben, wenn ich loslaufe. Aber wenn ich los göra, dann entlöfe ich schon. Nein! Dann hat ich mich doch talks. 5, 10, 10, 14 stehe ich, halt. Ach ja. Doppeltötung, ich bin gut. Ass, ich bin gut. Ganz viele Pilze, ich bin gut. Oh, ich hab immer noch weniger Killed als ich, aber auch weniger Tode. Ach, ich bin das hier schon Tode. Mich. Mehr Tode des Alissa, oder? Oder? Habe ich mich verrechnet. Boah, ist der teuer. Es sieht bitter aus. Ach Quatsch, da ist Junge noch. Der Stamm wartet. Wie, kein Pilz hier, was ist denn hier los? Da ist übrigens ein Timo. WTF, Mann! Boah, 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 boah. Nicht, wo ist Timo, ich würde das mal gewöhnen. Was, das, das, was geht denn? Oh mein Gott, ich will nicht purple. Nein, 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 nein. Warum, warum seid ihr denn alle dahinten? Ich binde die da und ihr hängt da hinten an den Towern rum. Nein. Klar. Das ist halt typisch Raza. Nein! Nein! Warum? Hauptsache tot. Egal ob ich von mir getötet wurde, aber Hauptsache tot. Ah. Ich glaube, das verlieren wir. Was sind wir mit unserem Ziel eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich so rumgemacht gar nicht. Gut, schon länger, oder? Ja. Na gut, wir wissen ja, dass Creeps ist. Ja. Ich bin die ganze Zeit schon 4 gegen 5. Total nervig. Creeps, du hast das letzte Mal wirklich schlecht. Na egal. Haben wir wenigstens einen Grund, warum wir verloren haben. Vielleicht war's. Hallo? Ausrede, Ausrede. Tschüss.